Mein Name ist Lena Freres, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Friesland in Nordniedersachsen und bin Gebietsverkaufsleiterin für den Nachmarkt, Distribution und Service bei der Firma De La Valle. Gebietsverkaufsleitung Nachmarkt ist die Schnittstelle zwischen dem Konzern De La Valle und unserem Händlernetz, was wir in Deutschland aufgebaut haben. Ich betreue da vor allem den Bereich Ersatzteile, Verbrauchsmittel, wie zum Beispiel Dippmittel oder auch Euterpflege. Ich betreue auch die Händler, helfe ihnen, sich weiterzuentwickeln und Probleme zu lösen. Zu meinen alltäglichen Aufgaben gehört die Händlerunterstützung, vor allem in der Angebotserstellung. Ich stelle den Händlern Produktinformationen zur Verfügung. Das Schönste an meiner Arbeit ist auf jeden Fall, dass jeder Tag anders ist und dass es immer abwechslungsreich ist. Sei es mal eine Schulung, mal eine Messe, mal einen Termin beim Landwirt, also wirklich die Abwechslung. Bei De La Valle hat man ein sehr freundliches Arbeitsumfeld, sehr nette Kollegen, die wirklich unterstützen, einem mithelfen. Und es bietet die Basics, wie ein Dienstauto und Diensthandy, sehr umfangreiche Sozialleistungen, die auch weit über die Standards hinausgehen. Die Vorteile im Außendienst sehe ich darin, dass ich meine Termine selbst legen kann und dadurch natürlich großen Einfluss auf den Wochenablauf habe und dann entsprechend das auch so strukturieren und organisieren kann, dass ich eben eine gute Balance zwischen Freizeit und Arbeit hinbekomme und da selbst für verantwortlich bin. Wenn auch du Lust bekommen hast, dich bei De La Valle zu bewerben, findest du alle unsere Stellenanzeigen auf unserer Webpage unter www.delaval.com Ich freue mich, dich bald bei uns begrüßen zu dürfen.